ja ja außer der wahnsinnige ja ja wir wissen es ich war das nicht bin unschuldig hat damit nichts zu tun ich vergabe dich gleich so tief dass nur die zwerge dich finden können du bist das ist nicht wert den titel zu tragen nein daneben so man ich wollte ihn so schön quälen aber nein oh danke pika er ist ein Blümchen in den Chatfürst ich brauch die im Spiel ich hätte auch mit anderen meinen Spaß aber ich nehme was du mir gibst alles klar hier oben ist es leer gute nacht gute nacht aber ich unterhalte mich hier gerade mit dem Chat ja ja wäre nett wenn ich einen Tipp kriegen könnte ach ne mit dem muss ich das machen alter könntet ihr mir mal da aus dem Bild raus gehen ihr geht mir gerade voll auf die Knackwurst oh nein nicht schon wieder der mann du gehst mir voll auf die Nuss das um Gnade fleht hu Arschloch guck 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 ja klar ich drücke E und nichts passiert usse Ruhe du kannst uns nicht alle töten ok nein nenele lass das sein Du bleib mit deinem komischen scheiße weg Oh ja, klar! Es kommt noch mehr! Ja! Oh! Alter, was wollt ihr denn alle immer von mir? Es gibt hier keine fucking... Oh scheiße, da ist ein Wuhw-Wuff. Tötet sie! Ja! Frisst ihn! Äh, hat er den Kleinen schon umgebracht? Nein. Ja ja, töte man! Töte, tüte, 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 tüte... Tööö, ich bin hier! Oh, du hast den Kleinen umgebracht. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Nein! Alter! Ey, muss ich jetzt die ganze Zeit einen Bunny Hop machen, oder was? Und Heps. Oh, Alter, ich hasse den Typen langsam. Äh, erstmal Infos. Interessanter. So, warte mal, der geht dort lang, der geht dort lang. Die haben wir. Krakhorn? Der Kümmerliche. Okay. So, äh, kurz reingucken. Alles klar, Zocko. Reto, gute Nacht. Schlaft schön. Oh, nee, Rito verklaut nochmal. Eieiei, so. Unscheinbare Ratten, die sich über die Mittelerde herumtreiben, sind eine wunderbare Energiequelle. Verzehr die kleinen Naga als Snack, um Talion am Leben zu halten. Also, Ratten? Echt? Ich muss ratten? Okay, danke. Danke, Locke, für den Tipp. Sogar Pika will mich beklauen. Ja, alle sind müde. Ja, nun. Manche sind halt sehr, sehr schwer beschäftigt, ne? Aber es war klar, dass Rito versucht, noch einmal zu beklauen, ey. Das war so klar. Ja, klar, genau deswegen, weil ich mich wegen dem Blumen beschwert habe. So, also Ratten. Da ist eine Spinne, aber keine Ratte. Ich bin froh, dass wir den Hauptmann los sind. Mal schauen. Du bist ein nutzloser Haufen Schreck. In der Tat, sonst wäre er wohl auch von einem Kahn nur geflitzen worden. Sein Nachfolger wird nicht so ein Schwächling sein. Wird auch Zeit, dass wir einen wahren Anführer bekommen. Gut. Mit der Spinne kann ich jedenfalls schon mal nix machen. Och, ja, ihr Arschgeigen. Ihr wollt jetzt schon wieder mit mir Streit haben, ja? Och. Tschüssi. Au reißen die Beine aus. Beine ausreißen, okay. Ach, runter direkt werfen kann ich ihn nicht, okay. Strafe muss sein. Alles klar. Alles klar. Du konntest mich nicht beklauen. Ha 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 ha. Hallöchen. Dank ist mein Name. Es ist nicht sehr. Arschgeising. Oh Könntet ihr mal bitte so lange warten, bis ich einen von euch getötet habe Und nicht Meine Güte noch eins Ihr seid aber auch anstrengend heute Du bleibst da Oh, jetzt bist du dran Oh, so langsam werde ich dir aber nervig Oh, ich kann auch Oh, Mann Bist du deppert? Oh, scheiße Oh, man kann aber auch so schlecht auswählen, wen man jetzt angreifen will Nein, den will ich doch gar nicht angreifen Oh Lässt du das mal sein? Den will ich doch gar nicht angreifen Mann Ja, du willst mich doch nur noch beklauen Und dann gehst du ins Bett Ich kenn dich doch, Reto Oh, Mann Oh Mann, und hier gibt es immer noch keine Blümchen Doch Das ist doch ein Blümchen Nein, es ist kein Blümchen Oder ist das doch ein Blümchen? Ja, ich greife auch gleich von hinten an Kleinperverse Dreckschweine hier Hier bin ich Nächstes Mal, Waldläufer Nächstes Mal kriege ich dich Was? Hm? Oh, oh Ja, töte sie Jups Mit freundlicher Unterstützung aus der Hölle Ja, ich bin auf einer Beste Das hab ich schon alle richtig erkannt Und die Bestie hat Hunger Oh, voll die geile Mucke dabei Ich hab Blümchen entdeckt Alter, wie viel Leben hab ich denn jetzt auch mal dazu bekommen Achso, das ist das Leben von meiner Bestie Bei so viel Konkurrenz könnte ich die Beförderung auch gleich vergessen Ei, wo ist er denn? Nix da mit Beförderung Das kannst du dir abknickern So, wo ist das Teil? Bestimmt hier irgendwo Ja, da rum sein Zack Iva Danganen Das hört sich aber komisch an Und Zeps Oh, wo kann ich eigentlich meine Bestie ersehen? Ich weiß, dass ich eine Bestie habe Aber irgendwie seh ich sie nicht Guckuck Uppali Göttbchen Göttbchen, ab Keine Kopfschmerzen Ah, da hinten ist mal die Bestie Oh, immer diese leeren Versprechungen. Einfach mal den Arsch schießen. So, wo ist denn meine Bestie? Meine Bestie ist da hinten? Wieso ist meine Bestie da hinten? Hey, Schnuckelchen, wieso bist du denn hier? So. Jetzt hat man ein kleines bisschen Spaß. Den haben wir hier. Bagabu, die Schlange. Ne, danke. Aber wenn wir hier, Aussichtspunkt, überfalle Krakorn. Oh, toll. Krakorn, der kümmerlich. Ah ja, okay. Gut, einmal mal kurz hier gucken. Das ist Krakorn, der kümmerliche. Dann geht der doch automatisch dann hier rüber, ne? Aber der wird bestimmt in der westlichen Garnison. Das hört sich nicht so gut an. Das hört sich alles nicht so gut an. So. Aber nur locker hat mich beklaut. Tja, Reto. Konntest mich nicht beklauen. Aber wieder zum nächsten Mal. ?! Ja.